Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben ein neues Voice-Over für euch und zwar geht es heute exklusiv um Star Marine, das ja mit dem Patch Alpha 2.6 dann zu den Bäckern kommen soll. Und hier erzählen uns Todd Pappy und sein Team ein paar Details über die Entstehung des jetzigen Star Marine. Elphonic hat damals den Anfang geliefert und hat die Grundbausteine für das FPS-System von Star Citizen gebaut. Ihre Aufgabe jetzt war es, vor allem die Bausteine, die Elphonic geliefert hat, die Teile, die dort animiert wurden, zu übernehmen und so umzubauen und einzubauen, dass sie zum jetzigen Konzept des Persistent Universe passen. Das heißt, es hat sich nämlich auch nochmal deutlich geändert und ist etwas größer und ausführlicher geworden als ursprünglich geplant. Darum musste auch der FPS-Teil entsprechend angepasst werden. Und Star Marine selbst ist immer gedacht gewesen, ist immer ein Teil, ein Baustein des Persistent Universe gewesen. Das ist ganz wichtig. Die Alpha 2.0 bis 2.5 zeigt absolute Basistechniken davon. Jetzt gibt es schon neue Animationen mit 2.6, die das FPS-Spektrum deutlich erweitern. Er erwähnt hier Dinge wie zum Beispiel Springen über Hindernisse, Deckung oder das Anlegen einer Waffe in der Nähe einer Wand oder Granaten werfen und zuschlagen sind Teile, die sie jetzt eingefügt haben und die insgesamt die FPS-Erfahrung bei Star Citizen verbessern und auf eine neue Stufe heben sollen. Und insbesondere für Star Marine als reiner First-Person-Shooter eben sehr wichtig sind. Andere Features kommen dann auch noch mit rein und die werden in Zukunft dann zum Beispiel Ausrüstung angehen oder das Atmen und die Ausdauer des Charakters mit in Einbezug nehmen und damit dann auch eine vollständige FPS-Mechanik darstellen. Wir gehen dann weiter zu Steve Bender, der jetzt redet. Hier geht es um die Animations. Und der erzählt, dass es verschiedenste Arten von Animationen gibt, die dort zu berücksichtigen sind. Unter anderem zum Beispiel die Character Animation, die Facial Animation oder eben sowas wie prozedurale Animationen, wie er auch jetzt zeigt, dass zum Beispiel beim Abfeuern der Waffe das Drücken der Finger selbst eine Animation ist. Der Rückstoß ist eine prozedural generierte Animation, aber das Zusammendrücken selbst ist eine kleine Teilanimation, die auch zu den Charakteranimationen zählt. Und um sowas aufzubauen, bauen sie sich so eine Art von Spreadsheet, wie er jetzt hier ist. Das legt den Ablauf verschiedener Animationen nacheinander fest. Also wenn der Charakter steht und loslaufen will, aufstehen will, über ein Hindernis springen will und danach die Waffe zieht, eine Granate wirft, all das wird hier in eine Verbindung gebracht. Und wenn der Ablauf fertig ist, wenn das klar ist, wie die Animationen aufeinander folgen sollen, dann geht es ins Motion Capturing. Und dort wird im Motion Capturing dann der jeweilige Ablauf von den Darstellern so eingegeben, dass er relativ schnell und direkt in Maya oder auch Motion Builder übernommen werden kann. Und hier wird wirklich das Detail so darauf geachtet, dass die Animation sich dann eben auch in verschiedensten unterschiedlichen Locations und mit unterschiedlichen Hindernissen zum Beispiel gleich anfühlt und immer dazu passt. Deshalb ist es eben auch, das werden wir später nochmal hören, sehr wichtig, dass die Maßstäbe immer die gleichen sind. Ansonsten passt diese Animation nicht mehr. Es gibt aber auch Dinge, die können nicht einzig und allein übers Motion Capturing animiert werden. Das ist zum Beispiel das Nachladen der Waffe. Denn das muss absolut simultan sein und synchron zu der First-Person-View. Das heißt, wir haben die First-Person-View, in der wir das sehen selbst. Und der Kamerad, der neben uns steht, sieht uns aber in der Third-Person-View. Und das soll völlig gleich sein. Und deshalb muss die First-Person-View quasi nach den Motion Capture-Aufnahmen dann nochmal separat und von Hand animiert werden. Und das ist das Schöne, dass Sie momentan eben genau beide Techniken nutzen können und sie so gemeinsam einsetzen können, um eben das Ergebnis, was Sie erreichen wollen, zu erreichen. Nämlich eine möglichst hohe Qualität bei der Animation selbst und dass eben alles synchron miteinander funktioniert. Wir machen einen weiteren Ausflug jetzt in Bezug auf Star Marine. Hier geht es ums Programming. Und hier spricht also Jens Lind, wahrscheinlich ein deutscher Lead-Programmer, darüber, dass es sehr schön war, in der Arbeit rein vom Programmieren her hier bei Star Marine jetzt mal den Fokus absolut auf den FPS-Teil zu legen. Das ist ansonsten mit den Hintergründen im PU und ähnlichem manchmal nicht sogar einfach möglich. Aber da FPS ja insgesamt ein sehr, sehr großer Teil von Star Citizen sein wird und damit nicht mal der Shooter, sondern einfach die insbesondere die First-Person-Experience an sich, ist es hier halt für Sie sehr wichtig gewesen, dass Sie einen wirklich guten Blick darauf kriegen. Insbesondere so ein Thema, was bei den Bäckern immer wieder aufkommt, wie zum Beispiel das Werfen von Granaten, was natürlich fest in so eine First-Person-Shooter-Mechanik gehört. Und wofür es jetzt bei Star Marine also zwei Modi geben wird. Der eine ist das Rollen einer Granate von unten herum über den Boden und das andere ist das Überhandwurf einer Granate tatsächlich dann als Wurf und nicht zum Rollen. Beide Granatenwerfarten, diese Granate zu werfen, werden nicht auswählbar sein am Anfang, sondern sie werden tatsächlich einfach davon bestimmt werden, wie der Blickwinkel des jeweiligen Spielers ist. Also wenn man sozusagen in die untere Hälfte des Bildschirms guckt, dann wird die Granate gerollt. Wenn man in die obere Hälfte guckt, dann wird die Granate geworfen. Das ist noch eine sehr einfache Basismechanik, sagen Sie dazu. Sie wollen das in späterer Zeit auch wirklich so haben, dass man das dann selber auch bestimmen kann, dass es dann eine Möglichkeit gibt, das selber festzulegen, wie man eine Granate denn werfen möchte. Dafür müssen Sie allerdings tatsächlich, um diese Ausmalmöglichkeit zu schaffen, das Ganze noch per Hand animieren. Und das werden Sie dann in jedem Fall tun. Wo es dann noch weiter geht, ist, dass er ein bisschen darüber erzählt, wie Data Forge selbst diese ganzen Abläufe miteinander regelt. Und Data Forge regelt also nicht nur tatsächlich den Vorgang des Ziehens der Granate, auch Ziehens des Pins und Scharfmachen der Granate, sondern eben auch das Werfen und auch, wie die Granate sich im Anschluss verhält. Das heißt, wenn die Granate gegen ein Hindernis geworfen wird, wie sie dann abprallt davon und wo sie im Endeffekt endet und was dort dann für eine Schadenswirkung entsteht, das regelt auch Data Forge selbst und kommuniziert das dann weiter, sodass die Server dann entsprechend die Ergebnisse festlegen können. Und daran ist auch viel Arbeit geflossen, damit eben die Granaten sich auch in ihrem Verhalten natürlich anfühlen und wenn sie dann eben entsprechend geworfen werden, auch angemessen reagieren. Und er sagt noch, man sollte sich in Acht nehmen, denn diese Granaten sind sehr gefährlich und haben relativ hohen Blastradius. Das noch dazu. Ansonsten ist es eben noch wichtig zu erklären hier an der Stelle, dass Star Marine und Arena Commander sich in ihrer Funktion insgesamt einfach ergänzen sollen. Das bedeutet, man soll auf der einen Seite etwas fürs PU lernen können dort und das bedeutet, dass man auch genau die gleichen Mechaniken im PU findet wie in Star Marine oder Arena Commander. Und auf der anderen Seite soll man Spaß haben. Das heißt, man soll einfach schnell ins Game kommen, auch die Möglichkeit kompetitiv gegen andere anzutreten. All das soll Star Marine jetzt im First-Person-Bereich mit sich bringen. Das bedeutet aber auch, dass das Star Marine selbst kein Easy-Mode von den Mechaniken ist, sondern tatsächlich ein Abbild darstellen wird, erweitert um einige kompetitive Möglichkeiten, die das PU dann später widerspiegelt. Genauso wie der Arena Commander nämlich ein Tool ist, für die Entwickler selbst ganz viel am Balancing zu arbeiten und an den Flugmodellen und diese auch zum Teil vollständig umzukehren, um dann zu sehen, wie das funktioniert, soll auch Star Marine eben ein gleiches Feedback geben. Und an dieser Stelle erwähnen die Programmer hier, dass sie sich sehr auf diese Art von ganz konkretem Feedback zum FPS freuen und dass Star Marine das eben liefern kann. Zum Abschluss machen wir jetzt noch einen Ausflug mit Todd Peppy zu den Levels und den Game-Modes und wie diese erstellt werden. Das wird in dem Behind the Scenes jetzt hier weiterhin gezeigt. Und zwar ist es ihm als erstes wichtig zu sagen, dass Star Marine selbst keine einfache, eindimensionale FPS-Map sein kann. Das ist schon im Spiel begründet. In diesem Spiel, wo es auch zum Beispiel den Ausfall von Gravitation geben wird oder insgesamt eben Schwerelosigkeit, kann hier keine ganz einfache, normale FPS-Map erstellt werden, sondern sie haben sich ganz besondere Gedanken gemacht, um hier etwas Einzigartiges zu bauen. Da beginnt es mit dem ersten Schritt der Ideenfindung. Also das bedeutet, erst geht es darum, ein Szenario sich auszudenken oder auch eine Inspiration von einer Concept Art zu bekommen und schlussend letztendlich eine Art Skizze zu machen und diese Skizze dann wirklich auszubauen, sodass aus der Skizze dann eine White Box wird. Und zwar eine tatsächlich sehr grobe White Box noch, wo man tatsächlich vor allem mit den Maßstäben richtig arbeitet. Das heißt, hier wird die Balance aus Bewegungsfreiheit, Enge, den richtigen Ecken, Kanten und Gegenständen hergestellt, sodass das auch im Maßstab zu den späteren künftigen Animationen ist und alles zusammenpasst damit, wie wir beim Animation schon gesehen haben, die Charaktere dann zum Beispiel über Gegenstände auch rüberspringen können oder insgesamt genug Platz haben, um aneinander in einer Treppe vorbeizukommen. Gleiches wird dann in dieser White Box noch ausformuliert, sodass Hinweise für die Designer sind, wo bestimmte Eckpunkte zu sehen sind, wo man zum Beispiel auch zerstörbare Hindernisse einbaut und dann geht es einen ganzen Schritt weiter und wird dann von den Designern ausgestattet und dann natürlich auch noch geht es ins Lighting und die Beleuchtung wird festgelegt, sodass dann etwas genaueres Bild davon entsteht. Tatsächlich, bevor dies aber passiert, wird erst mal ein visuelles Feedback eingeholt und Star Marine konzentriert sich ja jetzt in dieser Form auf zwei verschiedene Maps und diese beiden Maps, Damien und die Echo Eleven Station, haben einen langwierigen Auswahlprozess durchlaufen, bis sie zu dem geworden sind, was sie jetzt sind aktuell. Dazu wird so ein in der Zwischenstufe, wenn etwa die Arbeit tatsächlich so zu 80 Prozent fertig ist, noch mal in so ein vollständiges Visual Feedback Sheet angelegt, wie wir es jetzt haben. Da fließen dann die ehemaligen Konzept-Arts, die es dazu gab, hinein, wenn diese Konzept-Arts dann fertig sind oder so entschieden sind, dann wird das Ganze langsam angefangen, in der Engine aufzubauen, in der Engine umzubauen, damit man auch dort schon mal kontrollieren kann, ob das denn überhaupt von den Größen so hinkommt, ob das klappen kann oder ob man tatsächlich die Probleme sieht, Probleme jetzt sieht in der Engine, die man ansonsten vorher beim groben Design und auch in der White Box noch nicht gesehen hat. Das heißt, hier wird dann tatsächlich einfach Stück für Stück dieser Visual Feedback Sheet immer wieder ergänzt. Chris Roberts selbst macht Anmerkungen auch da dran und nimmt insgesamt vor allem hier an der Stelle wahr und beurteilt, wie die Stimmung der Map ist, wie der ganze Charakteristika, alle Charakteristika dieser Station aufgebaut sind und geht von dort aus dann so weit, dass es immer ein Stückchen finalisiert wird, bis dann am Ende wirklich nur noch die Kleinigkeiten verändert werden. Das sind dann meistens Sachen wie anderes Material, was irgendwo noch verwendet wird. Das sind kleine Ecken und Kanten, die dann am Ende noch auspoliert werden müssen, damit das ganze Viel auch wirklich vollständig rüberkommen kann. Und tatsächlich ist dabei einer der entscheidendsten Punkte, dass FPS-Maps normalerweise nur kleine Ausschnitte von Leveln darstellen und hier aber tatsächlich eigene Erlebnisse, Experiences bei den jeweiligen Spielern ausrufen sollen. Das heißt, man soll ein gewissen Feeling für den Hintergrund dieser Map auch bekommen und wissen, wo man sich hier aufhält und das Ganze eben im Rahmen eines Spiels innerhalb von einem Spiel. Das bedeutet, wir mussten, also die Designer hier mussten nicht nur besondere Locations erstellen, sondern haben damit auch den Charakteren schon ein Aussehen gegeben, was wirklich tatsächlich sich dann auf das PU bezieht. Nämlich hier werden die Marines und die Outlaws jeweils so ausgestattet, wie sie auch in Squadron 42 vorkommen werden. Und da wurde eben darauf geachtet, dass die zwei Marines und die zwei Outlaw-Modelle, die man jeweils mit Medium und leichter Rüstung ausstatten kann, eben schon so einen so hohen Qualitätsgrad erreicht haben, dass sie tatsächlich auch für Squadron 42 stehen können. Ja, und das im Endeffekt ist nochmal zusammenfassend gesagt, ein Teil, der wirklich noch früh in der Entwicklung ist, aber der insbesondere von den Backern sehr, sehr viel Feedback braucht. Es ist sehr wichtig, dass die Community sich hier an der Stelle einbringt und diesen First-Person-Shooter selbst mitgestaltet. Das heißt, wenn es dann soweit ist und 2.6 raus ist, wir bitten sie hier an der Stelle ganz entschieden darum, dass der Issue-Counsel genutzt wird, dass es tatsächlich so weit geht, dass die Leute anfangen, eigenen Input zu geben und hier das Spiel im Endeffekt zu dem zu machen, was sie gerne haben möchten, auch in Bezug auf den First-Person-Shooter. Ja, also in diesem Sinne war es dann von meiner Seite. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, ich konnte euch die ein oder andere Info geben. Abonniert den Channel, wenn ihr weiter bei Star Citizen up-to-date bleiben wollt und ansonsten See you on the Flight Deck. Sawyer out!